Liebe TapTap-Freunde, es ist Freitag, es ist endlich soweit und ich habe es euch versprochen, wir machen heute ein Video zu meinen Puls. Das wird doch mal was Feines, oder? Ich hoffe, ihr habt genauso Lust wie ich. Ich will Miracle-Eis pullen und zwar drei Runden. Ich habe jetzt aktuell 297 Augen. Sollten euch Wunderhaugen fehlen, trotz Taverne und dem ganzen Kram, haben wir gestern mal was entdeckt, wenn ihr hier auf Privilegien geht. Und ich glaube, bei Stufe 5 könnt ihr für 19,99 Euro, beziehungsweise mit Amazon was billiger, recht günstig noch 30 Wunderaugen kriegen. Das mal schon mal so als kleiner Tipp nebenbei. Da könntet ihr einfach mal schauen, ob ihr da was kriegt. Ich habe nur gerade kontrolliert, ob das Video wirklich läuft. Wäre nämlich schade, wenn nicht. Die drei Augen, die mir fehlen, kriege ich gleich zusammen, wenn ich zwei Himmel- und zwei Höllehelden beschwöre. Ich habe jetzt schon mal Taverne fertig gemacht. Weitestgehend fusionieren habe ich noch nichts gemacht. Das habe ich noch offen. Und dann gucken wir auch einfach mal meine Wunschliste noch kurz vorher. Also es geht um Nix natürlich, selbstverständlich. Das kontrollieren wir auch besser nochmal. Ja, es geht um Nix. Den brauche ich, denn mein Nix ist aktuell auf T6. Und wie ihr jetzt unschwer erkennen werdet, brauche ich zwei Kopien für die nächste Stufe. Ich werde volle drei Runden pullen, sodass mir am Schluss nochmal zwei Kopien fehlen würden für die Maximalstufe. Auf meiner Wunschliste in der Himmel-Hölle-Fraktion steht immer noch Skalt, denn ich habe hier noch eine Kopierung geistern und hier eine Kopierung geistern. Das heißt, eine würde mir noch fehlen für Maximierung. Brünnhild würde ich immer gerne nehmen. Ihr seht, so viele Brünnhilds habe ich nicht. Nehme ich gerne noch mit. Das wäre so meine Himmelswünsche. Für die Hölle sieht es ein bisschen anders aus. Da wünsche ich mir natürlich noch weitere Nix-Kopien. Ich wünsche mir noch Sigis, denn da brauche ich noch drei. Azaz hätte ich noch zwei, wäre aber nicht böse, wenn ich nochmal welche kriege. Da fehlen mir im Endeffekt auch drei. Chessias nehme ich immer mit Kurshand. So, nachher für die Tauscherei nehme ich gerne noch die eine oder andere Egino-Kopie mit, wenn ich im grünen Feld tauschen sollte. Ja, Lila ist bei mir so schwierig. Ein bisschen Roe vielleicht. Da mache ich nichts. Ich werde nachher Grün-Tausch machen oder Lila. Aber das mache ich erst die Tage mal. Nicht unbedingt heute. Wichtig heute sind die Pulls. Und ich wünsche euch allen, die auch Pullen, ganz, 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 ganz viel Glück. Und hoffe, dass ihr das Hähnchen so kräftig fickt, wie es geht. Ich trinke gerade noch einen kleinen Schluck und dann geht es schon los. Und dann machen wir mal gerade die ersten zehn Pulls. Wir haben mitten in der Nacht das Problem ist, ich wollte eigentlich schlafen. Und irgendwie hat es nicht geklappt. Kann ich pennen, habe wieder Magenprobleme. Also checken wir das doch mal ab dann. So, los geht's. Zehn Pulls, drückt mir die Daumen. Ich mache es ein bisschen spannend heute. Schauen wir uns mal in Ruhe an, ob gleich hier was glitzert. Nee, erste Zehnerreihe war leider nichts. Jetzt gucken wir mal weiter. Ein paar Fünfer-Charts, aber auch nichts weltbewegendes. Die machen wir definitiv auch alle brav auf heute. Auch hier nur Fünfer-Charts und sehr viele Vierer, muss man dazu sagen. Auch hier ziemlich viele Vierer. So, die ersten 50 Pulls, ein Sechstel und leider noch nichts zustande gebracht. Ein bisschen ärgerlich jetzt schon mal. Äh, das ist ein, wie hese noch gleich, Lindbergh? Nee, nicht Lindbergh, das ist Nameless King. Äh. Okay, okay, ich mache aber hier das schon mal auf, dann kriege ich die fehlenden Augen. Ja. Hol mir das nur gerade mit, wenn es genehm ist. Dann kriege ich die nämlich schon mal. So. Rest hummel gleich ab. Dann kann ich nämlich hier jetzt durchziehen. So. Weiter geht's. 60 Pulls haben wir gemacht. Bis 70 hauen wir jetzt. Da ist nichts drin. Dann vielleicht bis zu 80 was drin. Auch nichts. Bis zu 90 vielleicht. Auch nicht. Ey, und wenig Fünfer-Charts. Und die ersten 100 Pulls sind durch und damit kein... Ja, kein guter Held. Das ist schade. Okay, zweite Pull-Runde. Ah, okay, ein paar mehr Fünfer-Charts jetzt. Ne Femmes nehme ich mit. Muss jetzt nicht unbedingt sein, aber nehme ich trotzdem mal mit. So. Ich lasse auch mal gerade ein bisschen... Ja, ja, schöne Fünfer-Charts immer her damit. Das wäre jetzt echt bitter, wenn ich gar nichts kriege. Ne? Also nur so scheiße. Fände ich nicht so toll. Auch nichts. Oh, Mann. Da pullt man einmal drei Runden-Bunderaugen und dann kommt nur Schrott bei rum. So. Die Hälfte haben wir jetzt durch. Etwas mehr als die Hälfte. Ah, ist ein Lindbergh. Also bisher nur das, was ich nicht brauche. Wieder Femmes. Okay. Femmes im Doppel-Package. Sigurd. Yes. Ja. Ich kann nicht so laut schreien, die Nachbarn. Das ist ja mal geil. So, jetzt habe ich jetzt zwei Zemmes-Kopien rumgammeln. Genau. Wie viel habe ich eigentlich von der alten? Zwei. Ja, ich hatte die letztes Mal geopfert. Ich habe sie nicht gebraucht. Aber eine Sigi-Kopie nehme ich dankbar mit. Da haben wir ja noch... Aber fehlen mir jetzt noch zwei. Schön. Schön. Okay, weiter. Ja, noch eine. Ja. Geil. Ja. Eine noch. Ja, das war schön. Ich glaube, das hat man gerade auch gemerkt. Das war nix. Das war nix. Ich muss mich mit den zweimal Siggis zufrieden geben. Jetzt habe ich hier die drei Nix-Kopien. Und schön viel Gold. Geil. So, ich mache die Tauschaktion noch. Ah, die Fünfer-Sharts habe ich euch ja versprochen. Das wird die noch öffnen. Ah, ich kann hier noch was übergeben. Wunderbar. Genau. Oh, einiges. Oh, nehme ich mit. Die grünen Kisten habe ich noch gar nicht geöffnet. Die lasse ich die ganze Zeit hier verwahren. Ach ja, hier bei dem Event habe ich ja jetzt, glaube ich, auch noch... Genau, da kriege ich doch jetzt für die ganzen Wunderbaum-Puls noch Zeug. Den Rest muss ich mir mal angucken. Also, es geht komplett for free. Ich habe auch nur ein Päckchen geholt, nämlich das da unten. Das war das 2500er. Sonst habe ich nichts gemacht. Mehr will ich auch gar nicht. Ich gucke mir jetzt mal an hier, dass ich das jetzt aufmache. Gibt es da nochmal Gold und hier das. Da müsste ich die 200 Gems eigentlich... Ja, genau, dann kriege ich die. Sind die schon mal mir. Und wenn ich hier das aufmache... Ja, jetzt muss ich warten. Genau, so ist es. So, jetzt machen wir hier mal die ganzen Fünfer-Dinger auf. Gucken wir mal, was drin ist. Erst mal die drei Manücks hier beschwören, weil die brauchen wir gleich. So. Und ich muss auch einen Sechser-Hölle-Held mit zusammenbauen. Sonst passt mir das nicht. So, gucken wir mal, was haben die denn? Kurt. Ja, geil. Ich habe kaum Korts bisher. Der kommt jetzt mal richtig sexy. Da sind meine Kurt-Kopien. Das sind sieben Stück nur. Das war jetzt sehr edel. Wir könnten natürlich auch statt auf grün auf braun gehen und hoffen, dass wir da einen Kurt noch zusammen kriegen. Wäre ja auch noch eine edle Geschichte. Das war Neckes. Und jetzt machen wir noch die ganzen Fünfer hier auf. Das sind einige. Vivian. Die habe ich halt schon auf Max. Jack. Ja, ist jetzt nichts Wildes. Schöner Opfer-Held halt, ne? Ich habe noch ein paar Fünfer. Komm, wir machen die auch noch oft. Oh, Lorelei. Ja, okay. Okay. Kann man mal mitnehmen, ne? Kann man mal mitnehmen. Also das war jetzt echt nichts Verkehrtes. Jetzt kriege ich den ganzen Scheiß auch. Habe ich das jetzt auch schon fertig? Die Heldenruh... Jaja, die ist durch. Da fehlt noch eine Vier-Sterne-Mission. Das Schöne ist, ich habe auch noch... Ich habe jetzt Moonstones bis zum Abwinken. Ich habe jetzt 560 Stück. Normalerweise geht man ja da jetzt auf die Artefakte seit Neuestem. Ich könnte aber jetzt echt hingehen, normalerweise. Und könnte mir noch einen Sigurd kaufen. Eine Kopie. Dann habe ich alle voll und kann den auch voll auf T8 machen, ne? Da muss ich jetzt gleich erstmal gucken, wie sieht es mit meinem ganzen... Opfern aus, die ich dafür habe. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Der benötigt nämlich ein bisschen was mehr. Der will auch noch einen 10-Sterne-Opfer haben. Das muss ich mir erstmal alles zusammenbauen. Neuner hätte ich noch. Aber das will auch mein... Nix haben. Allerdings habe ich genug Freyas, wie ihr seht. Ich könnte also da das eine oder andere jetzt basteln. Und auch hier unten sieht es gut aus. Also das dürfte kein Problem sein eigentlich. Gucken wir mal. Die Tauschfunktion wollte ich noch machen. Den Rest mache ich dann ohne hier die Geschichte. Was habe ich gesagt? Tauschen wir mal. Wir haben 5900 Shards. Ich würde sagen, Hälfte, Hälfte machen wir. Nö, ich mache 2000 in Braun, 2 in Lila, 2 in Grün. Ja. Würde ich sagen, ne? Ey, ich mache mal. So, wir fangen einfach mal an. Und hoffen auf einen Koto im Mac. Riley. Slater. Ein. 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 Nein. Nein. Irgendwie hängt das manchmal ein bisschen hier. Sieht nicht so toll aus hier, ne? Bö. Das war nix. Dann machen wir hier weiter bei Lila. Ja. Das sind ja aber echt nur die Schrotthelden hier, ne? Äh. Rosetti. Was ein Name. Droh. Die nehme ich dankend an. Ich baue mir nämlich gerade auch ein bisschen eine auf. Auch wenn jetzt die meisten die Hände über den Kopf zusammenhauen und sagen, kannst du denn jetzt nur eine Droh bauen? Ich will halt eine haben. Ist halt so. Okay, das war nix. Dann machen wir hier bei Grün noch ein bisschen auf Ejina. Würde ich ganz gerne noch was haben. Ja, da ist doch eine. Ja, da ist doch eine. Hallöchen. Pupöchen. Ne, das ist doch mal erfolgreich. Schau doch mal. Dann hat sich jetzt direkt noch eine gegeben. Das wäre geil. Jo. Dankeschön. Zweimal. Nicht schlecht, Frau Specht. Na komm, aller guten Dinge sind drei. Hau mir noch eine. Aber der war jetzt gut. Kann ich dir nämlich auch schon mal ein bisschen was hochziehen? Muss ich nur gleich mal gucken, was meine goldenen Seelen so davon halten. Ich glaube nicht viel. Na komm. Vorhin würde ich nicht. Check für Leonet. Und. Ah, schade. Supi. So, okay. Ich bin zufrieden. Ich hoffe, bei euch läuft es auch einigermaßen gut. Und dann würde ich sagen, hören sehen wir uns am Montag. In aller Frische. Wünsche euch ein schönes Wochenende. Ruht euch gut aus. Bleibt gesund. Und bis dahin. Ciao, ciao, Bellows. Fickt die Henne. Auf Wiedersehen. Untertitelung. BR 2018